Massimo Sinato Bei der beliebten RTL-Tanzshow ist der gebürtige Italiener längst nicht mehr wegzudenken. Umso größer war die Sorge nach der großen Profi-Challenge Ende Mai, die für viele Zuschauer wie ein Abschied von Let's Dance wirkte. Bestätigt wurde diese Info bislang noch nicht. Der 42-Jährige hält sich mit dieser Info wohl lieber zurück. Und auch über sein Privatleben gibt Massimo nur selten Details preis. Seit 2012 ist er mit Model Rebecca Mir, 31, glücklich. 2015 gaben sie sich romantisch das Ja-Wort und wurden knapp sechs Jahre später Eltern eines Sohnes. Massimo teilt Foto mit Rebecca Mirs Mama Mareike. Ihren Nachwuchs zeigen Massimo Sinato und Rebecca Mir nicht in der Öffentlichkeit. Die Gründe dafür verriet die Ex-GNTM-Kandidatin vor einigen Wochen im Interview mit Cosmoplitten, bei unserem Sohn haben wir uns auf jeden Fall bewusst dafür entschieden. Es gibt dann doch mal das ein oder andere Schnappschuss-Bild, also zum Muttertag oder zum Geburtstag. Natürlich ist er ein großer Teil in meinem Leben und bestimmt dieses auch. Bei anderen Familienmitgliedern sieht das offenbar ein bisschen aus, denn, der Let's Dance-Profi teilte bei Instagram jetzt einen Schnappschuss, der ihn mit einer anderen Frau zeigt, und zwar mit Rebecca Mirs Mama Mareike. Das Foto, auf dem Massimo und seine Schwiegermama in die Kamera strahlen, begeistert auch die Follower des Let's Dance-Profis. Wie schön! Lautet der Kommentar eines Users beispielsweise, zusätzlich wurde der Post schon unzählige Male mit Gefällt mir markiert. Während Massimo Sinato mit seiner Schwiegermutter und seinem Sohn weiterhin in Italien zu urlauben scheint, ist Rebecca Mir übrigens seit kurzem zurück in Deutschland und steht seit heute, 29. Juni, wieder für die ProSieben-Show Tuff vor der Kamera. Untertitelung des ZDF für funk, 2017